Wie finde ich einen passenden Kita-Platz? Welche Schule wähle ich für mein Kind? Der Lehrplan? Gibt es Unterrichtsmaterialien? Was ist mit Auslandsaufenthalten? Wer Kinder hat, sucht Orientierung im Dickicht der Bildungsinformationen. Der deutsche Bildungsserver ist ihr Wegweiser. Das Experten-Team bereitet alle wichtigen Informationen übersichtlich und verlässlich für Sie auf. Und wenn noch Fragen offen sind, können Sie einfach Kontakt aufnehmen. Von A wie Ausbildung bis Z wie zweiter Bildungsweg. Alles, was Sie zur Bildung wissen wollen oder müssen, finden Sie beim deutschen Bildungsserver.